Was wir verloren haben, ist die Illusion der Übersicht. Orientierungslos in einem mehrpotenziellen Wissens stellt sich die Frage, wie sollen wir in solchen Wissensverhältnissen noch wissen, was wir lernen sollen und welches Wissen nützlich ist? Früher wurde uns in der Schule beigebracht, dass es fixes, systematisches und systematisierbares Wissen gibt, dass es zu lernen gilt und sich schämen soll, wer nicht alles davon weiß. Wir sprechen von Daten, Informationen, Fakten, von Forschung, Logik und Beweisen. Und noch immer orientieren wir uns gern an alten Vorstellungen, die etwas mit Wahrheit, Objektivität und Unterscheidung von richtig und falsch zu tun haben. Diese sachdienlichen Wissenskonzepte stehen im Erbe einer altgedienten und hochproblematischen Vorstellung über die Funktionalität der Wirklichkeit. Es ist der Glaube an ein objektives Universum, das sich aus einer unabhängigen Erkenntnisposition mit rationalem Denken erkennen und beherrschen lässt. Es ist der Glaube daran, dass wir über unsere Welt etwas wissen können, das sicherstellt, dass sie so funktioniert. Und alles, was wir tun müssen, ist, möglichst viel davon zu lernen und immer mehr davon zu produzieren, um die Welt dadurch immer besser zu verstehen und kontrollieren zu können. Aber irgendwie scheint das ja nicht so richtig zu funktionieren, denn sonst hätten wir die Probleme mit dem Wissen in unserer Wissensgesellschaft nicht. Kann es nicht sein, dass wir etwas ganz Entscheidendes übersehen? In der modernen Gehirnforschung und der Systemtheorie ist man darauf gekommen, was wir außer Acht gelassen haben. Lernen ist kein trivialer, passiver Vorgang, in dem wir externes Wissen einfach aufnehmen, speichern und nachher wieder abrufen können. Wissen und Lernen sind komplexe Prozesse in den schwierigen, unkalkulierbaren und riskanten Wissensverhältnissen der Kognition und Kommunikation, in denen durch jedes neue Wissen auch immer neues Nichtwissen entsteht.